Plus 20 Okay, das war's Boah, ist das blöd Krass, der war nämlich schon ganz oben gewesen und ich hab ihn am Fahrdreher gemacht Nachdem der so weit oben ist schon, der war ja an der Spitze, dann macht der nochmal eine Vollreihe, zwei Vollreihen und zwei Vierer Dann schauen wir mal, ob er nochmal was macht Warte, ob er jetzt kommt Ja, jetzt kommt er Oh je Oh je Ach du Scheiße Ach du Scheiße Kommt da kein Schwert Oh, das war wieder böse ey 40 Cent, 6 Falzen Selbe Oh Gott Komm Kommt Thaisersend, Romanecien. Die stehen aber kreuzt, die quer. Was ist denn? Ich bin von Magic. Kleine Kübel. Jawoll. Schade. 120 Euro. Leute, Leute, Leute. In keinem von ihnen. Die hätte ruhig werden dürfen. Oder wenigstens die Verlängerung. So war es nichts. 40 Cent. Schloss auf die Ohren. Action, oder? Ah, ok. Passt. Die Tiere hätten schon mal sein dürfen. Kom, 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 kom. Ah, schon wieder eine drückende Spiegel. Mal schauen, aber jetzt mal ein bisschen was gemacht. 20, 20, sechs Walzen. Ja. Ja. Auch wieder mehr schlechter als recht. Bis 30 hier hin nach dem Buch, dann hätten wir schon 60 Euro. Schauen wir mal, bisher hat er nicht so überlandt. Ah, 10, das ist in Ordnung. Oh je. Schaut gar nicht gut aus. Ach du Kacke. Oh je. Nicht ein 4 auf 10 Walzen, äh, 10 Walzen, Sex Walzen. Ja, 10. Meine Zeugs-Götter, die gefallen mir nicht. Da fehlt einer. Wir haben wieder 10 Euro, nahm ich den ganzen Tag heute. 10, 15 Euro. 5 haben wir. Na ja, 4 mal. 12,50 Euro. 12,50 Euro. Aber verlängern kann man keinen rein. Aber verlängern kann man keinen rein. 11,50 Euro. Also 12,50 Euro. Also 12,50 Euro. 12,50 Euro. Untertitelung des ZDF, 2020